Mittlerweile bin ich wieder in Günzach. Wie man sieht, ist es natürlich dunkel und starte ich quasi den zweiten Versuch, diesen Zug nach München zu bringen. Ich muss natürlich jetzt dann mit Bremsprobe alles machen. Aber wenigstens hat es aufgehört zu regnen, weil auf dem Weg hier hat es ziemlich stark geregnet im Taxi während der Taxifahrt. Aber mit dem Glück ist es jetzt trocken. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Dann schauen wir mal, ob ich dann hier wirklich weiterkomme. Wenn ich nochmal mit dem Taxi von hier wegfahren möchte, möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. So, da ist die 187. Und da vorne kommt dann die 233. So, keine Ahnung, ob das jetzt hier was wird mit dem Licht und so weiter. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir die Lockie zum Laufen kriegen. So, jetzt erstmal in der Kühlkammer hier die Jalousien aufmachen. Na, der löne ich da rein. Bisschen fummelig. So, jetzt lassen wir mal eine. Dann auf der anderen Seite. Dann gehen wir auf der Seite durch. Dann machen wir noch den Hauptgang. Dann machen wir das Brieh auf. Dann packen wir den B ein. Dann, schon mal den einschalten. Sonst habe ich erstmal nichts. So ein Licht hätte man eigentlich auch. Gut. 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 Bisschen hier runternehmen. So, die Lok läuft mittlerweile wieder. Der Zug pumpt natürlich jetzt erstmal auf. Ich denke, ich werde jetzt mal einen kleinen Rundgang machen. Natürlich läuft der Motor. Das heißt, da wird wahrscheinlich nicht viel zu hören sein. Deswegen würde ich das wahrscheinlich dann hinterher nachvertonen sozusagen. Aber würde ich sagen, dann gehen wir hier mal durch. Okay. Dann mach ich raus. Dann mach ich T-D. Dann mach ich ruhig. Dann geh ich dann einfach nach vorne. Dann mach ich mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Bremszylinderdruck und Angleicher. Dann haben wir hier unseren Traktionsstrom, das wäre die Störanzeige, Batterieladung, Kühlwassertemperatur und das wäre der Zugheizstrom, die Zugheizung. Dann ist hier natürlich unser Fahrschalterhandrad, 15 Fahrstufen und das war eigentlich schon das Wesentliche. Gut, dann gehen wir jetzt noch schnell auf den Hauptgang zurück. Die Hauptschalter, die Drehspannungsanzeige. Die Drehspannungsanzeige. Die Drehspannungsanzeige. Graphics ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, plus 600 ungefähr Ja, da geht's auch schon Okay 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 Das war's für heute. 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 So, bis Kaufbeuren haben wir es schon mal geschafft. Wahrscheinlich setzt jetzt irgendwas voraus. Der Block ist relativ lange. Ja, acht Kilometer. Das war's für heute. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich fahre den Bublé sehr schön. Vielen Dank. 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 Aha. Vielen Dank. 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 , Vielen Dank. , 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 ,, , , , ,, , , ,, , ,, ,, ,, , ,, , , ,, , , , , , , , , ,,,, ,, ,, ,, ,, ,, , ,, , 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 Vielen Dank. Ja, also wie gesagt die letzten Meter. Mit der Lok habe ich mir wirklich schon etliche Male gedacht, es ist die letzte Schicht und ich komme nie wieder drauf. Und dann kommt dann doch wieder sowas wie heute. Von daher, man weiß nie. Ich hoffe es war nicht das letzte Mal, aber es könnte auf jeden Fall das letzte Mal gewesen sein. Dementsprechend habe ich das heute auf jeden Fall sehr genossen. Normal hätte ich ja morgen eben nochmal die Runde gehabt nach Wohlfurt, aber jetzt ist es halt so gekommen, ist auch okay. Jetzt werde ich halt morgen zwei, dann ausschlafen. Es ist auch was wert. Na gut. Dad. Dad. So, jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gut, dann werde ich noch einen Abschlussdienst machen und dann war es das für heute und morgen. Dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, hoffentlich auch wieder mal auf einer zur 33 oder zur 32, schauen wir mal, man weiß es nicht. Ich trage jetzt ein cent. Vielen Dank.